Sie hören das islamische Wort von Bekir Alboa. Das steht in Vers 155 der gleichen Sure und dann im nächsten Vers ermahnt uns Gott, er zeigt uns den Weg, er gibt uns in seiner letzten Botschaft an die Menschheit eine klare Weisung. Es soll kein Zwang sein in der Religion. Das ist die Krönung seiner Botschaft von Adam, dem ersten bis zu Mohammed, dem letzten Propheten, Friede sei über ihnen beiden. Das Wort erdien kann sowohl als Religion als auch als Glaube wiedergegeben werden. Das bedeutet, dass wir dieses Wort Gottes als es soll kein Zwang sein im Glauben oder auch als es soll kein Zwang sein in der Religion übersetzen können und beide Interpretationen sind richtig. Wir können es sogar als es soll kein Zwang im Religionsrecht bzw. Religionsgesetz sein wiedergeben. Dieses sagt nicht irgendein Idol oder Religionsführer. Es stammt nicht aus der Feder eines Gelehrten, diese Aussage kommt von Gott. Kein Gelehrter, kein Frommer, nicht einmal der Prophet kann sie außer Kraft setzen. Die Muslime müssen demnach hinsichtlich der Religionsausübung dem allumfassenden Prinzip der Toleranz folgen. Das ist wichtig für Muslime und ebenso für Nicht-Muslime. Denn damit tritt die Tragweite dieser Aussage erst richtig zu Tage. So wie niemand gezwungen werden darf, den Islam anzunehmen, so darf auch niemand gezwungen werden, dem Christentum, Judentum oder irgendeiner Religion beizutreten. Dass der göttliche Grundsatz, kein Zwang in der Religion, im Laufe der Geschichte verdreht, missachtet und missbraucht worden ist, ändert nichts an seiner universellen Aussage. Der Islam betrachtet die Annahme einer Religion erst dann als gültig, wenn sie freiwillig und ohne Zwang geschieht. Das ist ein Beleg dafür, wie viel Wert Gott dem freien Willen eines jeden einzelnen Menschen beimisst. Und gerade deswegen lehnt der Islam die Annahme einer Religion oder die Abkehr davon aufgrund von Zwang ab. Gott überlässt die Deutung dieser wichtigen Koranstelle nicht Menschen. Nicht einmal seinen Propheten, über den er als Botschafter den Menschen verkündet. Wenn dein Herr es gewollt hätte, hätten alle Menschen geglaubt. Willst du etwa Menschen Gewalt antun, damit sie glauben? Nun frage ich diejenigen, die versuchen, die Welt im Namen des Islams mit ihrem Terror zu überziehen, ob sie ihre Religion wirklich verstehen. Nein, denn sie begreifen einen wesentlichen Grundsatz des Islams nicht. Sie sitzen einem Wahn auf. Sie wollen der Welt ihr krankhaftes Verständnis von Religion, Kampf und Gerechtigkeit aufzwingen. Kein Zwang im Glauben. Das verneint nicht nur, jemand anderem eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte Spielart eines Glaubens aufzuzwingen. Es bedeutet auch, Zwang gegen sich selbst ist nicht statthaft. Fanatismus, Extremismus, Terrorismus, das ist Zwang, das ist Ikrach. Gott verbietet Ikrach. Er will keinen Fanatismus. Er will keinen Extremismus. Die Religion mit Waffengewalt zu verbreiten, Apostaten mit dem Tod zu bestrafen, Künstlern mit Mord zu drohen, das sind alles Handlungen, die unzutreffend mit islamischen Prinzipien gerechtfertigt werden. Es sind Handlungen, bei denen gegen den koranischen Grundsatz verstoßen wird. Kein Zwang in der Religion. Menschen, die offenen Herzens sind und ihren Verstand benutzen, können zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden. Unsere Aufgabe als muslimische Gemeinschaft ist es nicht, Menschen mit Zwang zum Islam zu bekehren oder Muslime zu einer bestimmten Auslegung des Islams zu zwingen. Wir können nicht Muslime wie auch Muslime nur dazu einladen, über den Islam und seine Botschaft nachzudenken. Gott möchte, dass wir über seine Zeichen nachdenken und dass wir Einsicht haben. Er zwingt uns nicht zum Gebet, aber er ermahnt uns dazu, weil es besser ist für die Gläubigen. Er zwingt uns nicht zum Glauben, aber er verspricht Belohnung jenen, die seinen Worten folgen, freiwillig. Denn er sagt, es soll keinen Zwang in der Religion geben. Das war das islamische Wort von Bekir Alboa.